Hi Leute, hier ist der George und ich wollte euch mal schnell zeigen, wie ihr denn vom Laura-Training die Nick-Presets in Nick importieren könnt. Einige von euch hatten geschrieben, dass es Probleme gibt beim Import, deswegen wollte ich euch mal schnell zeigen, wie das geht. Ihr müsst Nick öffnen, also irgendeins von, also Color Effects von Nick, so, dafür sind ja die Presets gemacht. Und dann geht ihr hier unter Zusammenstellungen, das sind alle Zusammenstellungen, die ihr je gemacht habt, da müsst ihr hier oben nochmal auf Zurück klicken. Und dann habt ihr hier unten diesen kleinen Import-Dialog und wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr hier die Looks alle markieren und importieren und dann habt ihr sie auch in eurer Nick-Collection. Ja, ich hoffe, das hat euch soweit geholfen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.